so und jetzt kommt zuletzt weg Tappel in Terrestown zusammen mit dem Basti den Melken Hallo Melken und Dominik wir haben diesmal ähm neue Waffen auf dem Server und auch neue Maps ich habe ein bisschen herumgeschrieben Error und ja das ist bei den meisten es ist scheiße ich will die Jungs wieder runter also Leute wir haben ich habe hier verschiedene Waffen neu reingefügt neue Traitor Sachen wir haben jetzt ein paar neue Trailer Items die Dschihad Bombe wollte ich auch noch reinfügen die hat aber nicht funktioniert die wird dann irgendwann später du fühlst dich selber und wenn du dann alle mitnimmst hast du gewonnen das hat einer gestorben was ist das für eine Waffe welche die ja ist die Reifers er die Leute ihr habt 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 durch die Wand gucken ja ich kann durch die Wand gucken okay man steckt sich hier versteckt sich hier und dann gucken was du wie die Waffe schießt und ist dran gestorben Alter das was random Killer ist er du kannst ja das Team äh ich dachte das war die normale ja random Killer das war eine Discover Granate er ist da runtergerutscht und falsch hat er gestorben alle runtergerutschen direkt von meiner Frasse gelandet und dann bin ich weggefetzt worden der war random killbassi so heißt das Alter welches wir nicht mal in deine Richtung jetzt ich nicht gesehen und du kannst mir davon nicht zufrieden gehen wenn du an eine Granate dann stirbst die nicht mal auf dich gezählt war die war aber direkt vor mir plötzlich oder nicht oder war sie nicht vor mir dann wäre ja wohl nicht gestorben ja wenn du anstipst ist nicht meine Schild normal random kill nennen man das wo ist Marvel das war kein random kill nur random kill war aber das war noch random kill Leute das ist auch verpackt es ist ein random kill wenn man eine Granate an einer Granate stirbt random kill ist einmal hier ein random kill ich sehe da keinen Boden ok das packt echt ein bisschen du siehst hier die Wand nicht äh ist das Modell äh die Wand ich sehe da alles ich sehe den Boden da oben nicht Leute ich hab grad gar nichts getan alle seid alle gestorben er er ist wichtig ist es für den Zellen nicht haben mich überrascht ein wenn du mir leidigst kann er nachdem die ersten welch freigelaufen ist eine andere Stadt aber nicht auf mich geworfen die Linie die Schöne war gern und leidlich nicht nur ich stand da oben und da kam eine Granate vor mir die Leid sie hat gerade ist es soll es sein Trader nicht so einfach machen wer will er werden können wir und damit ist dann auch noch gestorben der wäscher boden zu welcher sich langlaufen kann irgendetwas sind wir gerne weiter weg was das andere war für die mich auch wenn das ist gut zu waffen ja das war aber darf man nicht benutzen hatten wir gesagt ich habe nicht so ich habe noch nie eine Ausstellung gibt es aber ich werde meinen Weg bringen aber ich so eine andere Wache wenn ich da jetzt mal Herr Wussbasti war das ist eine ABP nein ist eine Weifel na ja ja ich wurde schon wieder weggemaßt ich lebe noch auf keinen Schaden bekommen lol mach das immer wieder das nervt okay beschuldige mich noch mehr beschuldige mich noch mehr warte kurz kommt man hier hoch tschüss ich bin ein bisschen tschüss wieso sterbe ich nicht ach alle gegen mich tschüss was ist die Unternehmung ja unnötig Malcolm geh wir haben das gegen mich mit Magnus und ich habe mich jetzt mal geopfert was ich lass dich überreden wenn du tot bist Malcolm hat geschossen weil ich schätze dass es Dominic ist aber und war eben schon Traitor das ist Malcolm warte mal kurz kann man da durchschießen nein Malcolm ist es ok Malcolm ist es allein ja toll Dominic ja es war wenn es ist Dominic hat zuerst das Feuer eröffnet Marvin keine Autosneider Basti sei leise Autosneider darf ich nicht benutzen das war ein Bild es sei denn da wird er als die dieser Dauer in der Regel dass wenn er auch nicht mehr weil er auch im Schatten war nicht kommen hat mir also bei mir sie hat mich nicht die Einladung die Hörer auch nicht vollgeballert zurückgeballert wegen der Einladung das Leitere hat alle keine Kammer die richtung schießt natürlich sie sich dann zurück wenn ich eine granate direkt hinter medizin des cover granate wird ich nicht mal ansatzweise nach unten gestoßen wenn ich einfach mal leider sein weil es kein interessiert doch leute keine granaten mehr schmeißen außer er ist ein traitor oder nicht da ist dann nicht bei mir genau ich bin traiter leute und es ist möglich dass man mehrere rund hineinander traiter wird ja was du das was die was habe ich eine disco wo muss ein gegner okay was ich weiß meine disco auf dich okay okay werde ich habe ich habe die disco wo geschmissen aber die ist gar nicht explodiert da hat jemand anders hat doch nicht das kommen geschmissen ja was die ich habe ich habe jetzt eine instandary aber ich habe die geschmissen und dann direkt kurz bevor ich sie geschmissen habe ist eine andere explodiert da jemand ist kommen auf uns geschmissen er hat da unten ist noch einer gibt es ein kommentier aus war wie hinter dir hallo märkten hallo und heute ist es mal wieso warte ich weiß meine instandary wo geht es hier raus da unten ist da mal weg die ganze zeit schon den weg scheiße ich ziehe da gar nicht was ist passiert aber wenn das untergefallen was sie ja also was du dich geschossen und es heißt basti was ist ich bin ja nicht in der sichtung schacht fest ich habe sogar mit der silence abp mit schalter das ist doch immer noch mal hier und wirst du sterben ist märkten gestorben oder wie nein was ist hier los wenn Marvin stirbt und dann und dann du bist du auch runtergefallen ja da fällt einfach jeder mal runter ich muss doch dass du traiter bist du schießt mir das silence abp an man hört ja nicht dass du schießt aber man hört dass die kugel in den hitl dir einschlägt wer hätte dich getroffen wärst du tot äh werden keiner auf mich verdacht bekommen nee du brauchst headshots sonst tötest du das nicht von hit ja das ist nicht wie nein du das hat ihr schon mit der silence abp drückst triffst du tötest du im körper nicht von hit es ist nicht wie ein counterstag wo du mit der abp egal wo du triffst one shot machst das habe ich schon probiert nein folge hatte ich eine roten hatte ich sein abp gegen domnick der hat nur halbes leben verleucht durch die körper getroffen habe es ist keine one shot waffe leute hol doch eine silence im 4a1 die bringt es mehr jeder denkt du hast ne m16 dabei ist die war vom einiges besser wie ne m16 was die was die ich mache den schlug äh was soll ich hab's noch granate ich möchte dann mal das steht da oben da hätte man gerade geschmissen was nennt sind der wie das war eine kleine diskussion in der in der ja warte wasserwaffen hat sie eine autosniper nein ich glaube hier gibt es keine autosniper da habe ich mich der reihe hallo was die alle ich sehe die bohrein was hier ist der boden hier hat wurden ich sehe da war gar nichts ich kann hier durch die ganzen schrank durchgucken bis hier hält es boden nicht weiter was hat's hier das ist ne reife und ne schraube ich brauch keinen schrott basti ist noch bei mir hab ich nicht ich hab ne äh 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 sag mal kurz basti ähm basti geh mal einen schritt beiseite guck das ist kein autosniper äh doch zeig mir mal deine waffe ich gebe sie gleich zurück äh na ja ok das ist ne sg55 das ist wie ne äh aug wo ist er halt als verdreiter bei das piepst nix ich bin ja hier schwer den weg raus hier ist einer hallo domdeck da hat ne aug ja ich hab ne aug wo ist melken lebst du lebst du noch koppel wie weit koppel da ich röste welcher ist unten ja ich hab die ganze den weg da unten und hinterm feld heraus gesucht koppel hier wie koppel da wieder hoch kohle und einfach von der mitte stehen bleiben und was wieder aufgetragen nicht ganz hoch ist ja noch jemand ich bin ganz unten grad wenn ich habe das ist melken hey wieso komm ich nicht was die schießt doch nicht das ist melken allein ich war nicht mal in der nähe von ihm ich war nicht mal in der nähe von ihm ist klar ist klar ich hab dich an mir vorbeilaufen sehen dann habe ich gesehen wie du da reingegangen bist und hast du auf mir ecken geschossen hast du es mal geschossen was hat der traitor melken allein hat marvin nämlich getötet nein das ist basti wenn man ein tötet wird es bei mir steht mir er tot ist ich war nicht mal in der nähe von marvin ja jetzt hätte das so deswegen liegt auch marvins leiche als ich jemanden runter gehen hab der direkt auf marvin geschossen hat mit was du da getötet mit was du da getötet mit ne honey bad bad allein mit mädchen noch mit der städte doch mehr kommt dann mit ne honey bad oder getötet und er war in das sind er nicht besser dass er getötet wurde wegen gewissen wer kann man es nicht da hat das heißt keine andere waffe hat die länge von der seite es ist ganz normal aber egal ja es gibt auch keine wahl aber egal ja es gibt auch keine wahl und die waren am weg ich hab dich gesehen hat sich nicht vor mir verstecken der meck schießt mit einer silenz abp ich bin jetzt zweimal daneben geschossen er kommt gerade beim bett runter und leute und um es eigentlich zu sagen es gibt auch eine normale abp aber ich hab die noch nie gesehen die hat die einmal hatte ich die schon aber nicht auf deinem map hier ja auf deinem map hier nicht deswegen wusste ich dass meck ist die gibt es aber wirklich den bei dem waffen pack war auch eine normale abp dabei zwei mal daneben geschossen naja hat dich einmal getroffen sonst hattest du ja gar nicht getroffen du warst der awp macht keinen wunsch leute die macht nur bei headshot wunscher die macht keinen wunscher weil ich wollte ja auch nur schaden zufügen hab ich jetzt wieder genug hab ich jetzt wieder genug ich bin tot dafür dass du noch einmal getroffen hast wie ist mein schaden reduziert du hast ähm neunundsechzig du hast nicht rund du hast nur vollen schaden ab 1000 ja aber ich hab doch niemanden getötet äh doch du hast schon mal ich hab einfach die chance eben gesehen als du da am lüftungschall rumhängst nicht zu töten hat aber nicht so funktioniert wie du wolltest leute ich hab ne autos ne leute kommt mal kurz zu mir ich hab ne autos ich wollte euch die autos selber zeigen die gibt's hier ja ich weiß kommt mal hier runter wo ich war tot ich bin mit vater und vater und nicht getrunter gefahren ich muss erst eine Waffe besorgen wo ich da bist du denn hier unten bei der am ende der autorennbahn genau ich hab ne Waffe gefunden Leute bei mir läuft Dominik mit ein Error im Gesicht rum was ich bin nicht wo ich sie Leute das ist nein Dominik mit ein Error rum Leute das hier ist ne Autos selber damit die nicht töten hier das ist ne Autos hier die darf man nicht nutzen ok nein nimm dich mal kurz auf und dann siehst du den Unterschied zwischen der SSG äh die gibt man ja schon Autosniper so sieht geil aus ich weiß sag dir auch Dominik mal kurz Dominik hier die Autosniper die darf man nicht nutzen ich behalte meine Menüs er lebt als ich habe ja nimm die mal kurz auf und dann kannst du dir mal nein ich behalte meine Menüs die darf auf jeden Fall die Waffe darf man nicht nutzen wie heißt die Waffe äh die hättest du aufnehmen müssen dann weißt du es das ist ne Autosniper ich hab mir die Video mit ich hab' wer bleibt bleibt weg Dominik auf dem Boden sieht die Autosniper genauso aus wie die S ich schätze das ist Dominik naa auf dem Boden sieht anders aus sieht anders aus ich bin nicht wirklich stark aber sie sieht anders aus wenn ich nicht passt hier runter gefallen geh weg also nicht hier oben ist er glaube ich irgendwo nachgefallen ja da unten liegt er such ihn mal ich gehe zu Basti ja gehen wir runter durch Fallschaden ach so dass es eine Fallgleiche war also wenn jemand Basti irgendwo rumlauft ist die Töte den ok ok ich sehe jemand oh leut leut was ist das ich hab heute ein bisschen rumgewackt mir auch nicht Leute Madagascans Idee dann muss halt später sein von euch wenn Basti ist nicht wahr ich suche mal eine ABP ABP gibt's doch nicht ABP gibt's ich auf der Map die ist aber richtig selten auf der Map ich hab dir das schon abgesucht 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 natürlich was sie noch nein ich lebe nicht mehr ich will dir sagen dass es keine ABP gibt trotzdem sagst du es nicht reden hey nur Mini Uzi noch eine Mini Uzi wir wollen mal ausprobieren Mini Uzi ja du oder mal gibt's den Trader einer von beiden muss ja ach ne ich den lieber so ja dann ist es Marvin hast du grad geschossen Marvin ich hab den Mini Uzi ausprobiert und naja den will ich nicht den Mod hab ich auch eingefügt in der Mini Uzi ach ne mit dem halten wir die gar nicht ein Toter darf noch nicht stoppen okay Marvin ich zieh dich rein im Köln Marvin Dominik ist grad gestorben naja er lebt noch er sagt aber nichts mehr ich seh ihn direkt vor mir Dominik er hat immer noch scheiß Emembert in dem Face Dominik ist tot Alter ich bin doch einfach wegrotzen soll da habe ich da habe ich ein bisschen daneben gezogen was ist der zum gibt selber ausgeschaltet was ist der Exxon der Autosnacht Räume 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 in einer Minute so dreißig 161 der Schilderzeit nicht wir sind in sieben Runden beißen in dieser Lebe ich lebe ich lebe 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 die Erlebnisse leist wie du lebst nur ich will diese Hörner Däger so schlecht ist die Gälder wir gehen nicht aber die Weifel ist scheiße Gm 16 ist geil Näh doch die Dauerfeuer na okay die geht so es gibt Schlechtere aber ich stehe einfach schön auf Make-Em Pistole weg was geht ich war auf den Pinner, nicht schrägter sehe ich ja oh welch da unten noch schießt da ist Meike mit einer Pistole ich merke sie noch nicht mit einer Gali eine die Galle erblich das ist Neb 16 Gib es, Kasti, richtig Gali bitte richtig Gali nein Malcom Alter das ist doch unfair, Malcom, die dritte Runde in Folge ja, aber jetzt ist es doch nicht gut weil ich einmal schreit auch damit das ist so unbalanced Malcom, die dritte Runde in Folge das war aber schon Glück gerade ich denke, ich habe auch so einzig gesehen in der nächste Runde käse ich einfach Malcom Instant als ich gesehen habe, so hat man so meinen Mund aufgerissen ich so oh my god nicht schon wieder habe ich einfach gesehen aber ihr seid alle eh nebeneinander könnte ich euch einfach normal ist nicht sofort gestorben leider aber fünf Minuten und vierzehn bisschen näher die Runde begrüßt mal probiere ich mal die Waffe aus bringt die Waffe was Pump Shotgun geil was hast du eine Pump Shotgun hast du einen Shotgun gefunden eine Pump Shotgun wir haben schon lange gefunden das Combo der USP Smog Granite das Combo ist unten einer ja ok das weiß ich woanders sind Wolltest du gerade die Schacht unterwerfen nö das sind gerade ein paar Waffen rumgeflogen ich weiß ich weiß da das ist ein Smog Granite dass ich nur eine eine Waffe runterwirft hier in diesem Schacht aus Welt Discombo auf die Waffen dahin auf der Laptop ist hier mal beim Laptop alter Discombo aber man ist schon exkludiert wenn ihr was ich jetzt auch nicht ist Combo ja nein das ist gebraucht keine Ahnung da bin ich mir hinter dir er bleibt er bleibt er soll einfach gut zu weit schätzt ich bin mit dem Geld macht da unten mit Schäden ist weiß ich guck ihn nur an und dann weiter und dann weiter weil Dominik hat sich die ganze Zeit angekennen und plötzlich rennt er rum halt nur mit der Popka nicht in mir her läuft ja eben hast du die ganze Zeit gekennen und jetzt plötzlich hier überall rum rennt wirfst dir ein paar Granaten rum ALTER da ist ne Senji da ist ne Senji als wenn ich ne als es doch als es doch bei ALTER was hat die denn schon länger gemacht ALTER da hat ne Senji auf mich geschossen oh mein Gott es ist Dominik ALTER Dominik ist es Dominik ist es ok Dominik läuft an es kann in die 2 rein lol ALTER ALTER wie du hast du überlebt ALTER hä hat er das überlebt? hab ich das überlebt? hab ich das überlebt? der fuck auch wenn auch nur mit 2 HP öh ey Wem ich hab mich jetzt von euch sparen hm wer von euch ist jetzt traiter hat er den fucking Sartry hingestellt? ey Marvin bist du tot? nein 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 ich bin Trader ich bin Trader weil Megum immer Traiter ist Marvin ist Traiter wieso? hier gum mal ich identifiziere sogar Dominik ok er ist weg an mir jetzt noch nur Rutscht hier ja ich bin abgeschossen von marvin wurde abgeschossen damit hätte ich nur gekillt weil ich vermutet habe dass du es warst und ich dachte nur noch was sie lebt deshalb du hast da darf nämlich deinen kämpfer platz und das steht mir denkt deshalb habe ich das gedacht ich bin die vermutung alles was schon tot also mit marvin ist hinter dem weißen auto und bei der karriere waren und ist noch was und oberen das hat uns noch weiter gerettet er war zufrieden dass ich rede der tot ist weil ich ja nicht getötet er ist runtergefallen du warst wegen jeder verdächtigste habe ich doch eben erklärt ja ich dachte weil er war tot weil er in dieses ding reingegangen ist und dann dachte ich das warst du weil da weil das nicht verplastet war das ist eine Vermutung gewesen du hast mich die ganze Runde verfolgt du hast die ganze Zeit weil ich hab das Ding gar nicht blenden können ohne dass du mich siehst und trotzdem killst du mich an hast du sogar recht ich hab's gar nicht blenden können oh schlechte okay dann sorry das habe ich jetzt nicht beachtet okay all das ist das Kombo das ist die was wir auch damit das ist das netz Meike was da haben wir es bei mir wo ist Meike auch alle Meike was hier ist was ich schätze ja ich guck dir ins Gesicht Alter Instant Derry nach unten aber auch was die Leute nicht runterlaufen das ist es der ich komme auch nicht zu euch ich komme auch nicht zu euch Dominik ist es ist so das ganz allein können wir so leicht wechseln ich glaube passiert oder Marvin oder Marvin oder Marvin das Kombo was ich schieße dich gleich ab dafür Alter dich auf mich schießen was ich wirf die ganze Zeit mit scheiß Granaten rum Hallo Meike Hallo Dominik Hallo jetzt bräuchten wir T-Hutbombe ja wir sind alle tot du musst dir halt dir alle anzuschnell wenn du musst halt der Typ mehr T-Hutbombe so schnell wie wirklich T-Hutbombe ist er noch eine Granate nö ich habe ihn weggeworfen leider nicht irgendwann liegt noch einig weil Hallo Basti Malcolm steht da oben und wo ist Dominik Dominik ist wieder verzogen er plantet wahrscheinlich eine Bombe gerät das war ohne Ex lass mal hören ob wir was hören ist doch nicht hier ist eine Leiche Traitor, Fake Leiche ist das Dominik ist das sag mal Dominik Traitor bringt nichts er hat die falsche hat die falsche Fake Leiche gekauft hä? du musst du explodieren? nein die explodiert nicht du hängst das ist nur ne Fake Leiche es ist keine Zerstörungs Leiche hä hä wieso habe ich mir jetzt leider von gekauft hehehe 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 diese instant Mary bis geh in den Natten sind so geil achso das ist Make-up bitte hier kann ich nicht zwei fähig gleich wo Traitor da stehen du hast hier den falschen gekauft ich muss Dominik hättest du jetzt Dominik hättest du jetzt ne äh Leiche gekauft wo äh Dings da ist wo der Indos-Handrup ist dann hätte ich gedacht du wärst äh Indos-Hand Dominik du bist dumm wir sind alle drehen aneinander zusammen zusammen was ist Dominik kommt und versucht mich zu erschießen und ich klein trotzdem noch eins rein ja musst du nicht wissen weil da steht der Bomber auf dem Bild du nicht wissen dass sie gleich nicht explodieren äh hättest du mich ja fragen können hast du das von was brauchst du für'n Shit rein ne Fake-Leiche halt ich brauch niemand deswegen hab ich noch mal die zweite reingefügt die für ich hab die nur die Mutweil der dort steht nur drin gelassen der ist genau einer dass ich die kaufen würde und dann gelitten hat da musst du ja nicht wissen dass sie nicht explodiert ich hab gedacht das war die Vergleichung explodiert es gibt keinen Effekt welche die explodiert ich hab keine zumindest keine gefunden doch es gibt eine das weiß ich sogar es gibt es gibt sogar eine Uhr wo du dich wo du wenn du angeschossen wirst und sich nervösst und als tot angezeigt wirst und als tot angezeigt wirst Upsi lol aber die bringt's nicht hast du dir auch eingefügt nein weil die bringt die die bei einem Traitor bringst du es nicht wenn man zwei Traitor ist das füge ich die vielleicht ein Merkmann hat noch nicht geschossen nein was ich direkt vor mir Leute ne also wenn ich nicht natürlich die exklusiv Leiche natürlich brauche ich die ich weiß aber nicht wusste exklusiv Leiche ich sehe voll im Fleck ins Auge wer schießt wer ist geschossen auch was und die auch nicht da steht da oben Basti und Michael schießt ja also nicht das ist der L 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 über Wessel und nach mehr Granaten keine Ahnung es kommen wir hatten was sie hat mit der Zoller geschnitten wer ist was dies runtergefallen wieso ich hab keine Discombo geschmissen hat Basti selber geschmissen ich schätze aber dass du es bist wieso ich mach noch nicht aber ich vermute es ich weiß nicht wer von uns beiden war ich glaub meins Name war dabei ich hab ihn mit einer AWP gesehen wie ist denn eine AWP? weil ich auch übelst lang ist doch die ist genau so lang die rifle ist genau so lang nein die AWP ist länger nein alter Dom du schießt auf mich die ist länger die hier ist länger die AWP ist länger weil ich den Scheid den Pumbo da drauf hab dumm ich hab mir einfach weg gesagt er hat eine er hat eine Discombo geschmissen und ist gestorben weil er an Fallschaden Marcel ich sag immer Bescheid ich ähm sag immer Bescheid wenn ich sterbe an Fallschaden ich hab dir Sauern Headshot gegeben ja wieso stirbst du dir an sich da jetzt mal im Ernst was du willst überleben nö trotzdem mein Christi ich seh nicht ich schmeiße eine AWP aus ich werd doch immer als Ernst gefokust also wie soll ich nie überleben dann durch was bringt es gibt keine Waffe die genau so lang ist wie die AWP mit Schalldämpfer ich brauch ne bessere Waffe ich brauch ne bessere Waffe ja wir verentscheidend damit zu kommen dass es schlimmste was du tun kannst weil ich nicht seh was du Traitor bist da ich weiß meine Discom da rein Discom Ich hab's gesagt vorher vorhin Marvin ist Traitor garments ich nehme mp7 alter dies kommt endlich die gescheite waffe ich kette die ganze landgangs DISCOMBO aufs auto das war der INCENTERY auch egal die war nicht von mir ich habe nur der DISCOMBO geschmissen ich habe nur den INCENTERY gesehen wo ist mp 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 wo bist du ich kann durch die Wände gucken mp du kannst dich nicht verstecken er geht nicht du wirst verstehst nicht doch Malcolm ist unten der ist gerade reingegangen in das Lüftungsschacht ich kann dich nicht schubsen eine halbe stunde einmal Malcolm kommt glaube ich gerade hoch ich da unten ist er das ist unten in der Schublade bei den Videos ganz unten durch die Wände kannst du nicht hier runter gucken das ist das ist Basti ist runter geschwungen hat geschossen Basti ist runter geschwungen hat geschossen Basti ist mal auf damit das ist nicht mal witzig jetzt mal im Ernst älter was ist durch Falschhaden jetzt gestorben jedes Mal ist mehr ich bin nur Melken zu denen wir haben nicht der Mann Fallschaden alle ich versuche mich zu töten im Unternehmung wenn er mir von mir schon wenn er auf sich geschossen wir haben auch damit was dies nicht da ist dann lecken bei mir mit der Wiesern ich bin nur weggegangen die Garten oben der kommt hoch zu uns grad da ist Melken einer von euch ist es ich weiß es warte mal kurz warte doch kurz da kann aber nicht mehr und wer okay die Aka ist stark hat den Insel gekillt alter Melken wieso kriegst du ihn nicht getötet ich hatte wer 8 Muni oder 16 Muni wer nicht alter wir haben 16 auch gleichzeitig 16 Muni hat die M16 auch gleichzeitig 16 Muni ja die hat rifle Muni glaube ich keine Ahnung was die Muni zu machen 16 Muni nur oder im Magazin war jetzt die Frage M16 gleich war nicht ja das weiß ich das war nicht ja auch meine Lieblingswürfel ja das ist doch schrott yeah ich habe jetzt auch einen Ero auf dem Kopf bei mir yes die Mini Uzi die die kann ich bei mir nicht sehen die Mini Uzi die Mini Uzi ich habe die Mini Uzi wie es aussieht nicht runtergeladen oder so ich will auch mal Traitor sein ich will auch mal Traitor sein ich will auch mal Traitor sein ich will auch nicht einmal Traitor doch für einmal du hast schon mal Traitor was die einmal ich glaube ich war zweimal du hast schon zweimal ja also einmal eine Failrunde aber ach ich nicht oder was das ist nicht du hast du auch nicht ich bin ich bin ich bin du hast ja ich bin ich bin ja unter dir da mal kurz ruhig und er hat angst einmal kurz ruhig das ist ja nix er ist ja unter dir und sagt nichts und hat wahrscheinlich neufel das dann nicht ich will nicht zu dir laufen wir haben keine Waffe mehr ich hab mich schon ich hab was ihr möchtet fällt sich so komisch nein ich hab mich nicht angegriffen er ist runter geschwungen Dominik ja Marvin ja was ist beide leben keiner von beidem ist Schalter ich nicht Marvin vorbeid soll ich jetzt zählen der erste der zu mir kommt ist tot was ist warte ich geh mal r... ich geh mal ein paar punkte holen und indifizieren Malcolm darf ich durch ich verhalte die ganze Zeit nein du detektivst krieg Punkte wenn du mich identifizierst wollte ich mal sagen nein Karma kriegst du so ALTER DOMINIKIKT mich eiskalt mal random du sagst doch du kriegst Punkte Punkte habe ich gemeint Traitor Punkte du kriegst Traitor Punkte wenn du eh... Traitor du kriegst Traitor Punkte das ist halt eiskalt mal random kill gemacht wieso ich kann nicht rauskicken Dominik wieso das das war random kill das ich hatte mehr verantwortlich das das der Umwelke mit random kill hat ich bin da nur runtergefallen weil ich äh ich wollte auf die auf die Schiene springen aber dafür brauchst du einen Sprung mit ähm beim Sneaken das ging nicht du bist gehangen oder wir wollen fallen beim Fall hast du meine Richtung geschossen ich hab' gar nicht geschossen ich hab' ich hab' auf das Portalbild da oben geschossen du hast meine Richtung geschossen nein das muss der Traitor sein alter wie du heißt das so nein was ist jetzt Traitor Autoswiper halt gibt jetzt alle Träger aus dem Träger es ist was ich möchte was muss es werden aber es ist halt Worte Faktor was man aber auch immer die Karte geworfen hat ich hab' nicht geschmissen also Dominik machte es kann mit dem Kindsmoke was sie kann weiter sein ohne Watt also es ist meine Vermutung dass ein Traitor ist alter er hat man auch gemessen was sie ist was sie ist ich weiß ich hab' was Faktor das letzte Mal uhr genau so rum schon war er nicht Schwerzer weil man da in Zettelstattel weil man da in Zettelstattel weil man da in Zettelstattel Macon raus Macon's Faktor allein ich hab' dich einmal aufgeschossen weil du mit dem ganzen Schwerpunkt aufwürfst ist Basti tot ja weil würdest du das nicht sagen weil die nichts sagen null allein ich hab' mich einmal aufgeschossen weil Macon ich hab' mich hallo da noch mal leise ich hab' mich jetzt abgeworfen ich hab' mich jetzt abgeworfen einer von beiden ist Schreiter von euch da oben einer von euch bei ich hab' mich abgeschossen ich hab' mich abgeschossen weil äh hier wer ist das weil er hat mir die ganze Disco muss geworfen weil ich einmal abgeschossen habe und ich erschrocken mit runtergesprungen wo ist denn Mary wo ist was die ich will jetzt die jetzt runter ich will jetzt den Score haben Leute ja wenn du wenn du sagst dass du in das dann glaube ich das Leute er kann es auch sein er kann es auch sein kann sich aber hier beschuldigen werden ohne Scheiß einer von euch mal da bist du nicht so unterschiedlich du kannst es auch sein doch nicht mehr wo ist was jetzt den gefallen nein dir nicht du bist schon tot du hast eh nichts zu sagen einer von euch beiden er ist Schreiter ich bin so blöd um ihn zu finden Dominik ist Schreiter ich hab' noch angepisst von Make-up also nicht so eine Reden-Page einfach machen da ist ja keiner Reden-Page wenn wir nicht ein Traitor sind ist mir scheißegal ja dann schieße ich auch zurück keine Frage ich finde dich scheiße du musst mich natürlich so erschrecken du bist selber runtergesprungen du musst dich natürlich so erschrecken wenn du mich runterfallen ich finde Make-up echt nicht äh Basti ich finde ich auch nicht obwohl ich bald mal da hingefrogen ist Warte und dann einer von euch beiden ist Schreiter dann ist es Marvin ich bin's nicht oh dann ist es Marvin Dominik wäre wirklich immer sein bester wie auch Marvin ich sag's dir nur ich will niemanden bevor ich kann Leute ich lasse mich mindestens hier weg ich bin hier eingekreistet einer von euch beiden ist es ich weiß auch nicht mehr ich hab keinen Anhaltspunkt zu euch beiden weil er kann vielleicht ich ja wenn nicht weil ich auch nicht sagen aber was ist selber runtergesprungen oder vielleicht auch Marvin ich hab gar nichts getan ich hab keine Idee ich hab doch niemand mit der mit der Szenen in der AWP gesehen Alter da schiegt jemand mit der Weifel auf mich das war ich ich weil ich würde mich nicht töten aber nur ich würde das als Random Kill mit der Bezeichnung bekommen weil es keine Beweise gibt weil es keine Beweise gibt ja ohne Beweise darf man niemand töten weg rennt deine Waffe weg von mir nicht zu mir hin ich hab nur Lens 16 komm doch wenn du nicht töte ihn komm doch wenn du nicht töte ihn einer von euch ist schon tot wie war das wie war das okay ja ich werde von äh Dominik abgeschossen nein das war nicht ich okay ich geh auch auf Dominik Aber Marvin Warren hat dich angeschossen ich hab keines Schushi gegeben wir sollen wir uns halt angeschossen Ich wurde von ner Pistole abgeschossen differentiator ich hab keine Pistole Maarten Alter gradute du kriegst das volle scarm us Wieso schießt du denn so random an? Ja, aber ich dachte, ich hab nur dich gesehen! So mach den! Sorry! Was ist denn los? Ich dachte, das ist random! Ein gleichmäßiger Abschluss! Nein! Insolated! Das war's in der Folge! Ich würd einmal! Acrobat in Terrorstone! Wir sehen uns das nächste Mal! Bis dahin! Tschüss!